Ich konstruiere und baue ein Fahrradlift für Laternenfegel. Drei Getriebe-Motoren, Inlineskaterrollen, zusammengeschweißter Rahmen, Modellbau-Akkus, Anfänger, die Steuerung, noch eine Platine, Motor 1 und 2. Und dann wird hier das Fahrrad angehängt und dann krabbelt das Ding am Astro. Das sind 3 Meter und ist außer Reifreit. Precision Engineering. Rauf, runter, Disco. 4, 5. 1 Sekunde. Also der Rahmen ist einigermaßen wahrgerät, aber es verkantet ja trotzdem. Jetzt passt. Die Räder drehen immer noch auf der Nadel durch. Wir fallen am Drift. Das ist argasmus. Das ist voll geil. Das sieht schon fed aus. Das ist voll geil. Das ist voll geil. Das ist voll geil. Untertitelung des ZDF, 2020